Musik Neben mir sitzt eine Frau, der sollten Sie besonders zuhören, denn sie hat die Kunst des Buches erfasst, erschlossen und sie ist wirklich eine wahre Expertin für das Medium Buch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und begrüße jetzt ganz herzlich Miriam Seger neben mir. Hallo liebe Miriam, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, hallo. Wir sprechen über das tolle Thema Buch und passend dazu hast du uns auch dein neues Buch mitgebracht. Ganz genau. Erzähl mal, worum geht es in deinem neuen Buch? Tatsächlich ums Bücherschreiben, stell dir vor. Also es geht wirklich darum, wie man das eigene Expertenbuch nicht nur schreibt, sondern auch erstmal feststellt, ob es überhaupt zu einem passt, also zum eigenen Business, zur eigenen Persönlichkeit, zu den Produkten und zur Kundengruppe. Weil das ist ganz, ganz wichtig, das ist die Basis für alles. Und in zwölf Schritten erzähle ich in diesem Buch, ja, wie man sich positionieren kann, was das Buch überhaupt für einen tun kann, wann man eins schreiben sollte. Gebe dann ganz konkrete Tipps zum Thema Buchschreiben und auch vermarkten, denn das Schreiben ist tatsächlich nur die halbe Miete. Wenn ich ein Buch geschrieben habe und keiner weiß davon, dann ist natürlich irgendwie auch blöd. Also es gibt auch ganz handfeste Tipps, was kann ich zum Beispiel auf Social Media tun, wie kann ich mein Buch vermarkten. Eigentlich so, sag ich mal, full Enchilada sag ich immer ganz gern dazu. Das ist komplette, ja, eine komplette Anleitung, Anleitung rund ums Buchschreiben. Ach, großartig, weil das ist ja wirklich, ich glaube, jeder, der sich mal mit dem Thema befasst hat, merkt ja, oh Gott, was da alles auf einen zukommt. Und du hast aber die perfekte Erfahrung, weil du hast als Ghostwriterin gearbeitet, arbeitest als Ghostwriterin. Erzähl mal ein bisschen mehr über deinen Werdegang, bitte. Also ich habe in dem Buch auch ganz viele Geschichten von mir verpackt, denn das, was ich da beschreibe, das bin ich alles selber durchlaufen. Auch diese gesamten Mindf, ich sage jetzt das Wort nicht, also ich habe wirklich 20 Jahre lang versucht, mein eigenes Buch zu schreiben und ich habe es nicht hinbekommen. Wow. Weil so viele Dinge einfach immer, du bist nicht gut genug, was hast du schon zu erzählen, was willst du denn schreiben und du hast überhaupt nicht genug Inhalte, um ein Buch zu schreiben und das hat mich ganz, ganz lange begleitet. Und das ist das, was ich in dem Buch auch thematisiere, weil ich weiß, dass es ganz vielen meiner Kunden, für die ich Ghostwriting mache, für die ich Coaching mache, also die ich auch unterstütze dabei, ihre eigenen Bücher zu schreiben, dass es denen ganz genauso geht. Dass sie einfach sagen, ich bin nicht gut genug, was habe ich schon zu erzählen, das, was ich weiß, das wissen auch tausend andere. Und darum geht es auch in dem Buch, da teile ich meine Geschichte und ich bin jetzt mittlerweile seit über drei Jahren auch als Ghostwriterin tätig, schreibe für Expertinnen und Experten und weiß halt da auch im Endeffekt, okay, worauf kommt es an, wenn man ein Buch schreiben möchte, vor allem zielgruppengerecht schreiben möchte, weil das ist ganz, ganz wichtig. Viele berücksichtigen irgendwie gar nicht, für wen sie da schreiben und dann hast du natürlich eins von diesen wunderbaren vielen Schrottbüchern, die gerade auf dem Markt sind. Das ist super schade. Das teile ich alles sehr gerne aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch mit ganz vielen Praxistipps. Also das ist kein trockenes Ratgeberbuch, so nach dem Motto, wie schreibe ich mein Buch in 24 Tagen, sondern es geht halt wirklich ans Eingemachte. Ich finde es gerade total bemerkenswert, dass du selber auch sagst, mir ist es selber so schwer gefallen, da wirklich ein Buch zu schreiben, weil man muss ja festhalten, wie viele Bücher hast du schon geschrieben tatsächlich? Also es sind mittlerweile fast 45. Wow. Kennt halt keiner, das ist immer das, als Ghostwriter, aber es ist kein Thema. Alles gut. Wie ist es denn jetzt bei deinem eigenen Buch, also wie ist das auch entstanden? Es war lange in der Schublade gelegen, also ursprünglich wollte ich aber ganz was anderes schreiben, da ging es um was ganz anderes. Ich habe früher, ich war über 25 Jahre angestellt im Mittelstand, in unterschiedlichsten Positionen, Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, auch immer schon PR gemacht und ich habe gedacht, fass einfach mal so dein Wissen zusammen. Aber dann kam eben dieser kleine Böse im Kopf, der dann sagt, Quatsch, das gibt es alles schon. Und ganz viel habe ich dann angefangen zu schreiben, habe dann das, was ich geschrieben habe, wieder gelöscht, weil ich es mir durchgelesen habe, gedacht, das kannst du niemals in die Welt tragen. Und das ist das, was auch viele ereilt. Und da habe ich gedacht, so das Ganze packe ich jetzt wirklich mal in das Buch hinein und jetzt habe ich deine Frage völlig vergessen. Wie dein Weg zu deinem Buch war. Also genau, ja. Also da ist es wirklich hingegangen, dass ich versucht habe zu schreiben und immer wieder gescheitert bin. Und irgendwann hat es mich dann gepackt und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass du jetzt wirklich für andere Leute schreiben kannst, weil ich habe mich dem Thema wieder neu angenähert. Für andere war es okay, weil ich immer gesagt habe, so ich habe selber nicht genug Wissen, ich kann aber schreiben. Also das war so meine Superpower, die ich auch schnell erkannt habe, ich kann schreiben. Wie kann ich das nutzen? Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, okay, dann versuchst du es halt mal für andere. Habe mich dann auch damit beschäftigt, hatte auch Mentoren, die mich wirklich daran genommen haben und gesagt haben, so kannst du ein Buch aufbauen, so bekommst du die Inhalte aus den Leuten raus. Und habe dann gelernt, wirklich von der Pika auf, wie man sowas schreibt. Und irgendwann, ich habe es geschrieben, letztes Jahr, also 2021 war das, zum Ende des Jahres und habe dann gesagt, so es kann doch nicht sein, dass du jetzt schon über 40 Bücher hier hast und hast immer noch kein eigenes. Und da hat es mich dann gepackt und dann habe ich das Ganze wirklich innerhalb kürzester Zeit geschrieben. Ich hatte aber schon ganz viel vorgearbeitet. Also ich habe immer wieder Schnipsel gesammelt, abgelegt und das Ganze dann einfach nur strukturiert zusammengefasst und es dann in Buchform gebracht. Und dann ging es auch recht zügig. Und gab es aber diesen einen Moment, der dann wirklich so diesen Einschalter umgelegt hat? Tatsächlich, ja. Es war wirklich so ein, es war so ein, das kann doch nicht sein. Also es war wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwie ein Abend, wo ich da gesessen habe und wieder an einem Ghostwriting-Projekt gearbeitet habe und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass du jetzt für so viele Menschen schreibst und meinst, du kriegst es selber nicht hin. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe einfach angefangen und auf einmal ging es. Es lief, es lief. Ich meine, ich habe dann natürlich auch trotzdem Schreibblockaden gehabt. Dann kam natürlich hier der kleine Böse wieder und sagte, bist du sicher? Weil so ein Buch macht einen halt auch sichtbar. Das ist dann, man kann sich nicht mehr verstecken. Sobald das, sage ich jetzt mal, beim großen Buchhändler mit A hochgeladen ist, gibt es halt vielleicht auch mal den einen oder anderen, der es nicht schön findet. Und das macht schon einiges mit einem. Weil man gibt ja auch, also ich habe sehr viel Herzblut in das Buch reingesteckt. Das mache ich eigentlich in alle Projekte. Und wenn man dann merkt, dass man angegriffen wird, ist ja, kennst du auch, ne? Ich meine, du sitzt auf der Bühne, sehr viel in Moderationen. Man wird einfach in der Öffentlichkeit sichtbarer. Sei es jetzt so, wie du es machst, sei es durch ein Buch, sei es, wenn man auf die Bühne geht. Und das muss man auch aushalten. Und ja, das schaffe ich aber jetzt. Ich finde das total toll, da auch wirklich so ehrlich dran zu gehen. Weil ich glaube, du kannst so viele Menschen damit adressieren. Jeder sitzt da ja mal und hat die Schreibblockade oder weiß nicht mehr weiter. Oder sieht einfach nur dieses Riesenprojekt, oh Gott, ich muss so und so viele Seiten schreiben. Wie schaffe ich das tatsächlich? Ganz genau. Jetzt hast du am Anfang so einen schönen Punkt angesprochen und hast gesagt, ich muss erst mal rausfinden, ob das Buch überhaupt zu mir passt. Das wird ja ganz häufig so vermarktet. Wenn du ein Experte für XY bist, schreib dein Buch. Aber du hast eine andere Einstellung dazu. Mittlerweile ja. Also ich bin anfangs auch, habe ich gesagt, okay, schreib dein Buch. Und ich bin auch immer noch der Meinung, jeder sollte ein Buch schreiben, weil das was mit dir selber macht. Es strukturiert deine Gedanken. Du wirst dir einfach deines ganzen Wissens nochmal bewusst auch deiner unglaublichen Geschichten, die du so mitbringst in deinem Leben. Deswegen, wenn du es nur für dich selber schreibst, ist das schon super. Aber es gibt eben auch, sage ich mal, einfach Expertinnen und Experten, Trainer, Berater, Coaches, für die ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt oder das Buch vielleicht gar nicht das richtige Medium. Wenn die zum Beispiel eine Zielgruppe haben, die einfach nicht gerne liest, dann ist so ein Buch rausgeschmissene Zeit und rausgeschmissenes Geld. Dann sind vielleicht Online-Kurse besser. Dann ist vielleicht ein Webinar besser. Je nachdem, wie die Produktlandschaft ist, die so dahinter steht bei den Expertinnen und Experten, ist so ein Buch, kann das ein gutes Einstiegsprodukt sein, kann aber auch sein, dass es nicht richtig ist. Und da verbinde ich quasi jetzt, sage ich mal, meine Expertise aus dem eigenen Buch, aus den 45 Ghostwritings, die ich schon geleitet habe, aus sehr vielen Coachings, die ich mittlerweile gemacht habe und auch aus meiner Expertise aus dem mittelständischen Unternehmen, wo ich sage, so, wir gucken uns erst mal genau an, was hast du denn? Wer bist du überhaupt? Wer ist denn deine Zielgruppe? Und ist das für diese Zielgruppe überhaupt das richtige Medium? Und wenn ja, dann klar. Wie kannst du es schreiben? Wie kannst du es vermarkten? Was ist denn das richtige Thema? Ich hatte es gerade diese Woche noch, es war ganz interessant, wo ich eine Dame gecoacht habe, die gesagt hat, ich möchte gerne schreiben. Und sie hatte auch schon angefangen und hatte auch irgendwie schon einen anderen Coach mal gehabt. Und dann sagte sie, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, ich komme nicht weiter. Und dann habe ich ganz kurz mit ihr gesprochen und dann haben wir gemerkt, dass sie für ein ganz anderes Thema brennt. Nein. Was dann wirklich so Elemente aus dem, was sie schon geschrieben hatte, wo sie nutzen konnte, wo sie ihr tägliches Business, was sie gerade tut, nutzen konnte, das hatte sie selber nicht auf dem Schirm. Klasse. Und das sind so tolle Ergebnisse, die mag ich halt total, weil sie sagt, ja, du hast recht, das ist genau das, da habe ich richtig Lust drauf. Es war auch eine völlig andere Zielgruppe, wo jetzt auch die Ansprache dann natürlich anders sein darf. Das war richtig cool. Also das macht dann richtig Freude, wenn man sieht, so, es ist das Buch, es passt zur Zielgruppe. Es passt zu der Person. Aber ich habe auch schon das Ergebnis gehabt, dass wir gesagt haben, nein, ein Buch ist noch nicht dran. Erstmal sind andere Dinge wichtig. Aber das finde ich total spannend, weil da sind wir auch direkt bei deinem zweiten Offering, was du so anbietest. Also du coachst ja auch Autorinnen und Autoren. In welcher Form machst du das denn? Also mittlerweile findet natürlich sehr, sehr viel online statt. Ich starte mit meinen Autorinnen und Autoren immer mit, ich sage mal, einer Art Kick-off-Tag, wo ich die erstmal kennenlerne, wo ich erstmal schaue, okay, was haben die für ein Business, was haben sie schon für einen Außenauftritt, wie sind sie auf Social Media unterwegs, welche Produkte hängen dran, gibt es eine Produkttreppe, wie ist, sage ich mal, die Customer Journey, was gibt es da schon? Und wenn ich das durchdrungen habe, dann kann ich sagen, okay, wir können ein Buch platzieren, sei es ein Verlagsbuch oder ein Self-Publishing-Buch, an der und der Stelle in deinem Business. Das ergibt Sinn. Und dann gucken wir rein, welches Thema ergibt Sinn. Also dass wir dann auch wirklich schauen, wer ist die Zielgruppe, wie wird die Zielgruppe erreicht, wo ist die unterwegs und das, es geht sehr, sehr tief. Also es ist nicht so, viele sagen ja, schreib einfach dein Buch und dann habe ich leider auch, es kommen Menschen zu mir, die sagen, ja, ich habe jetzt mein Buch geschrieben, was mache ich jetzt damit? Oh ja. Und dann sage ich halt einfach, ja, schade, für wen hast du denn geschrieben? Ja, weiß ich nicht. Und das ist halt blöd, weil zum einen musst du natürlich die Zielgruppe im Buch ansprechen und dann musst du natürlich die Zielgruppe später auch im Marketing ansprechen. Und da gucke ich sehr genau drauf. Also das ist für mich sehr, sehr ganzheitlich. Und wenn wir dann eben feststellen, Buch ist noch nicht dran, sind es vielleicht andere Medien, wo man sagt, okay, guck mal, ich gebe dir dann einen Tipp, vielleicht machst du eher ein Webinar oder machst so und so deinen Funnel. Buch ist nicht das Allheilmittel. Also das ist tatsächlich so, dass viele enttäuscht sind von dem Output, den sie haben, weil sie es aber nicht von Anfang an auf richtige, stabile Beine gestellt haben. Ja, das ist ja auch so wichtig. Ich meine, wie viel Frust kann da auch wirklich in so einem Schreibprozess stecken etc.? Und wenn man das vorher einfach besser analysiert hat und weiß, okay, nee, es passt einfach jetzt gerade noch nicht. Wie lange coachen die Autorinnen und Autoren? Das kommt drauf an. Also es geht vom Kick-Off, wo so ein Tag einfach ist, wo wir sagen, wir schauen einfach mal genau rein, drei oder sechs Monate. Also ich sage mal, drei Monate ist sehr ambitioniert, da muss man sich schon sehr viel Zeit nehmen, um dann später auch zu schreiben, weil die Autorinnen und Autoren dürfen ja dann schreiben in der Zeit. Ah, das machst du währenddessen dann, okay. Das machen die. Also da schreiben sie dann und im Endeffekt, sechs Monate ist eigentlich ein guter Zeitraum, wo man sagen kann, ja, mit einem wöchentlichen Aufwand von, sage ich mal, roundabout vier Stunden, kommt man schon zu einem guten Ergebnis. Bei dem einen dauert es was länger, bei dem anderen geht es was schneller. Das hängt auch immer davon ab, was ist es für ein Thema, wie viel muss ich recherchieren und so weiter und so fort. Aber das ist immer so eine Zahl, wo viele doch überrascht sind. Die sagen so, boah, ich muss hier Stunden um Stunden investieren. Da ist echt klein, viel macht auch Mist. Und ich sage mal, jede Zeile bringt dich deinem Buch näher oder jeder Buchstabe, den du tippst. Und das wäre auch so mein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte heute. Fangt einfach an. Also ich sage mal, klar, macht euch Gedanken drum, für wen ist es, wie ist die Zielgruppe, wie soll es eingebunden sein. Aber dann ist es wirklich ein Weg, ja, der kleinen Schritte. Wenn man jeden Tag oder sagen wir es auch nur einmal in der Woche, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Seiten schreibt, dann habe ich nach einem Jahr irgendwann auch mein Buch fertig. Aber was sagst du, was ist da wirklich der ultimative erste Schritt? Also wenn ich mich jetzt entscheide, okay, es passt alles, ich habe meine Zielgruppe etc., fange ich wirklich mit dem ersten Satz an oder sagst du einfach, fang einfach irgendwo an? Ja, also ich sage meinen Autorinnen und Autoren gerne, fangt einfach so an, wie es sich gerade richtig anfühlt. Du hast einen Impuls. Also zum Beispiel, so schreibe ich auch meine Social-Media-Posts. Das funktioniert auch wunderbar für ein Buch. Es kommt ein Impuls. Du hast ein Coaching, es ist irgendwas los und du sagst, so, dazu möchte ich jetzt schreiben. Muss natürlich thematisch irgendwo passen. Viele strukturieren sich kaputt. Die sagen, ja, ich muss erst die Struktur haben und dann schreibe ich genau nach dieser Struktur. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, was man für ein Mensch ist. Wenn man sehr strukturiert ist, ist das vielleicht besser die Möglichkeit. Aber für die, die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sage ich, fangt einfach an mit irgendeinem Thema. Lasst es fließen. Zusammenpacken kann man das später immer noch. Man schreibt es in Word, dann schiebt man halt einfach die Datei ein bisschen hin oder her und gut ist es. Also der schlechteste Weg ist, nicht anzufangen. Ja, aber das finde ich wirklich faszinierend. Also ich finde auch einfach, A, ist es so toll, ein eigenes Buch in den Händen zu halten. B, finde ich es natürlich auch super, wenn man da von jemandem Erfahrenes unterstützt wird. Weil, wenn ich mir es selber vorstelle, es ist einfach ein Riesenuniversum. Was beobachtest du auch, was ist so der häufigste Fehler, der gemacht wird? Der häufigste Fehler ist, anzufangen und es nicht zu Ende zu führen. Es gibt sehr viele Autorinnen und Autoren, die haben ein fast fertiges Buch in der Schublade liegen und da nützt es keinem. Ich sage immer ganz gerne, es gibt so viele Menschen, die haben so viel tolles Wissen, so viele tolle Geschichten. Dann trag es doch bitte auch in die Welt und nutze es. Und wenn es nur einen Menschen inspirieren kann, sein Leben zu verbessern, zu verändern, dann hat es sich aus meiner Sicht schon gelohnt. Wow, Miriam, was für ein toller Abschlusssatz und vor allem auch natürlich so wiedergegeben auch in deinem eigenen Buch. Ich meine, es lag Ewigkeit in der Schublade und jetzt ist es da. So ist es ganz genau. So schön, dass du heute zu Gast warst und vielen, vielen Dank, dass du uns das Buch mitgebracht hast. Sehr gerne, vielen Dank.